finale also gegen rhein madrid ok und wir sind für die club-wm qualifiziert sehr schön die ist 2029 am ende der nächsten saison auf jeden fall auch nur so ein ziel das zu gewinnen unglaublich also das ist jetzt wirklich habt ihr damit gerechnet hast ich nur klar in bielefeld wird die stamm elf spielen ist klar also da werde ich jetzt nicht irgendwie mit zweite mannschaft spielen lassen weil die sollen diese einspielen die sollen das auf jeden fall einspielen und endlich muss ich wirklich sagen gut gespielt ist sehr gut durchgesetzt also und er hat mich überrascht er hat mich aber sowas von überrascht bielefeld 18 aber wenn ich die tabelle gesehen habe vor 23 spielten weiß ich nicht ob die schon abgestiegen sind außer da hat sich noch einiges getan aber es glaubt sie sollten eigentlich noch eine chance haben sogar für den klassenhalt 5 bitte ist einfach nicht zu fassen wo mario wird im finale wieder da sein und mark scherer auch aber parisi und scald rupfen die sogar die können immer noch den klassenhalt schaffen auch kommen schalke die sollen auf jeden fall oben bleiben scherer so lange am ausfallen wobei der ist ja sogar noch in der nächsten ausgeliehen genau schade eigentlich stimmt ich habe mir zurückgeholt weil er sich in nürnberg halt so lange verletzt hat anhelo kann wieder ran ja das ist soweit alles parisi wird leider auch ausfallen also die apfel wird auch so spielen jude meises anhelo rüdiger matrice und moko speichern war und dann geht's los und ich glaube ein tesspiel werde ich danach nicht machen weil ich glaube wir spielen zehn tage danach 14 ok dann kann man doch dazwischen tesspielen machen oder wobei da habe ich so viel angst und wir verletzen uns gerade so häufig lieber nicht da ist halt die frage soll es damit auswärtstaktik angehen gegen real ist ja neutral ich denke schon also jetzt noch mal hier die punkte 75 76 und 77 holen paderborn am verlieren die chance für schalke erste chance aber für biedervöld nach neun minuten ja frankfurt rote karte aber geht ein führer ich wollte sagen das wird schalke locker schaffen zu früh gefreut die chance wie biedervöld bei einem sieg klassenhalt zu schaffen oder ja gesagt in die relegation zu kommen also motiviert werden die sein bis in die haarspitzen man so schön sagt gut aufgepasst von pettersson jetzt geht aber hoffentlich die post mal nach vorne ab tolles zu spiel mokoko 1 2 28 lang haben wir wenig gezeigt kommen jetzt aber einmal nach vorne und sind direkt im führer schön war schon so ein chip kann man sagen von jude mach ihn ja komm torschutzsynchrone ist noch drin doppelpack schön rein gezickelt ja so bei den bayern evan nilsson noch ohne treffer wie sieht es dann noch mal aus der hat jetzt 21 evan nilsson 22 guten vierer pack musste sein alleiniger torschützen königs zu sein sofern evan nilsson nicht trifft damit für mich kamen wo wir durch spielen für den weg dann können naja das glaube ich auch dass er das nur will weiter so jungs hat das druck muss hat das druck das druck ach verletzt und gesperrt stimmt die tier rein giovanni reina anhörer soll noch spielen noch ein bisschen mehr spielpraxis sammeln hier könig fiktel und ein wechsel sparen wir uns noch auf sorry bin ja an mikroständer gekommen 2 0 frankfurt also ja so weiter hat da ist schalke aber auch selbst schuld einmal die heim taktik kommen ich will noch eine gute mehr hier schießen zumindest gleich sehen hier mit evan nilsson mokoko ja gleich gezogen einer fehlt noch aus der dortmund ist anscheinend schlag kann man aktuell wirklich zu sagen backen fehler von nuno felix ja noch kein tor über die sonne offensiv ein tor noch ist doch möglich jetzt aber philippo nicht gut gespielt na was denkt ihr packen was noch schön auf endrick ach da hat endrick den ball fast in die mitte schießen können schade machen wir mal hier komm probieren was naja leider nicht ne schade ja gut egal trotzdem hat er wahrscheinlich weniger minuten gespielt oder weniger minuten gebraucht pro tor als evan nilsson weil er wahrscheinlich schon weniger spiele hatte moin exotik hallüchen mein freund geht's am ende haben wir 77 punkte bin ich mehr zufrieden nur fünf punkte rückstand auf die bayern da geht es super mir auch sehr gut so gucken wir uns mal kurz an ja 92 99 minuten also am ende ist schon besser er hatte 27 scorer 26 jahr okay ja klar kein problem sehr gerne wenn direkt vor bis zum spielkunde city sind ja zwei wochen ist schon besser aber ich habe dich ja sehe ich gerade auch rausgeworfen weil du allgemein dich nicht gemeldet hast und du warst mehr als dreimal und entschuldigt nicht da also deswegen wenn du wieder da bist dann so ich gebe dir natürlich eine zweite chance aber dann solltest du schon auch bescheid geben wenn du mal nicht kannst ja auf jeden fall also ich kann mich nicht ändern dass du allgemein nicht da warst am 18 6 und jetzt die letzten beiden malers auch gefühlt also ich hab dich schon praktisch wieder rausgetan du warst jetzt sonntag montag ist da und davor die woche am 14 6 wenn du mal nicht kann es ist wirklich kein problem und sagt nur bescheid weil wir haben viele leute oder haben oft leute die mitmachen wollen ein team wählen wo jemand anderes vielleicht mal interesse hätte aber es ist dann nie wieder melden gar nichts schreiben wenn wir wenigsten sehen er schreibt dann ich kann jetzt nicht oder ich kann die nächsten zwei wochen nicht oder dem ganzen monat nicht wegen urlaub wegen sonst was dann wissen wenigstens okay der will mitmachen der kann gerade nicht und wenn sich jemand dann gar nicht meldet dann denken wir so okay der hat wohl doch keinen bock sagt es nicht versperrt jemand eventuellen verein das ist halt die sache aber wie gesagt du kannst gerne noch mitmachen schreiben dann einfach privat im discord und dann kannst du halt gucken wenn du nimmst noch mokoko kriegt tor bringen fünf bis sechs tage parisi ein bis zwei tage okay ja klar sehr gerne wieder am stüssel ist werden auch zuletzt auch jemand der hat ihrem stream gesagt hat bock mitzumachen ist beigetreten dem discord schade schade das nicht mitmachen kann im finale habe ich alles erzählt hat regeln durchgelesen alles okay dann meinte ich ja kann es auf dem discord und dann war der wieder weg das ist halt dann immer ein bisschen blöd ist einfach auf dem discord rausgegangen ohne was zu sagen und das ist halt jackie katscher muss man sich mal gönnen oder vielleicht kann man jetzt wieder mit ihm verhandeln ich hoffe es bei dem spiel an wir wollen ja auch einige krasse spiel auch verkaufen also bei not wobei ich warte wirklich ab mit jackie katscher wir gehen erst mal danach direkt vor bis zum ersten siebten und danach gucken wir mal erstmal was wir machen werden wenn wir verkauft kriegen behaupten wenn ich jetzt mal kurz ablehnen und bis zum ersten siebten bitte wieder bock rückleihe das hätte ich sowieso nicht angenommen das hätte ich sowieso nicht wieder angenommen sollte jetzt mal speichern und dann geht es wirklich ab das sagt wieder auf die bank parisi 4 uhr 3 uhr scherer kann auf die bank ist auch schon das ist die stamm elf start elf erst mal loben alle sehr gut wunderbar jetzt bei 15 das job ist schon eine kante also ich kann der monster monster in sachen entwicklung seien man eher weniger und kommt dezent sachen auf jeden fall aber nicht dort wo ich sind schon seit gefühlt jahrzehnten individuell trainiere da passiert wirklich nix hier würde ich halt gerne nach die schnelligkeit auf 16 haben aber ich würde sagen natürlich hat sich auf jeden fall gelohnt als transfer 3 vorlagen zwei spielen allein der liga oder was man dir kontinental auch in acht spielen ein tor eine vorlage immerhin schon effektiver jetzt als ins geld rupf ist es war mucco so perfekte moral so würde man das sehen spiel speichern und dann auf geht's leute auf zum champions league finale in der fünften saison fokus lag auf james league sieht man auch an der leistung aber auch die liege haben wir jetzt nichts verkackt mit 77 punkten jetzt genießen wir mal kurz hier oder das einlaufen müssen zelebrieren das ganze da laufen sie ein da sind wir die schwarz gelben was anseite die königlichen fans let's go 2013 style meint sie jetzt schon sich finale dann wie meinst du ach so weil jetzt stimmt wir gegen gegeneinander gespielt der im viertelfinale der halbfinale war das oder hier wo lewandowski 41 gewonnen hat und dann rücker und aufs geld 41 gewonnen kann man gefühlt zu sagen war das wirklich das 7 0 ging war das wirklich das ja krass dankeschön für den follow darwinci 23 herz geht raus ich zieh den hut vor dir, vielen Dank mein Freund hoffen wir mal dass dein follow hier auch die mannschaft jetzt dementsprechend noch zusätzlich motiviert Dankeschön auch für 17 Witz, was was denn hier? hat einen Einstand von dir darwinci der darwinci code Dankeschön das ist unfassbar Leute fast immer wenn heute jemand ein follow hinterlassen hat ein sub oder bits hinterlassen hat fallen Tore und immer für uns das machen jetzt keine Faxen, das ist wirklich so das ist doch richtig schön, ne? und zack nochmal 25 Witz Dankeschön für insgesamt 42 bester Mann Dankeschön Dankeschön Ferrand Mandi Schumarmeni Kamavinga ja genau 4-3 das Rückspiel werde ich nicht vergessen die letzten 10 Minuten konnte ich nicht mehr gucken ich hab das damals noch im Wohnzimmer geschaut bei meinen Eltern dann please, please 1 Bit 1 42 Tore nehmen wir sehr gerne, äh da Vinci so, also wir haben gecallt wir gewinnen das Spiel jetzt noch 42 zu 0 oh komm, machen wir mal 3 gegen Tore 42 zu 3 das ist ja wirklich ein Abschluss hier, ne? nochmals 10 Bits Dankeschön 52 sind sie jetzt Dankeschön der lecker Schumarmeni oh, nochmals 5 ich werde jetzt aber irgendwie das ganze Klatschen machen weil sonst spamme ich sie alles zu sehr vor voll Abraham und Simon denkt sie so diese Parade war mir 5 Bits wert 40 Minuten noch Leute Prost Nachspielzeit Prost Nachspielzeit Prost Nachspielzeit vorst mich vorst mich nach der r in die Wenn nichts passiert, ist das perfekt. Schon die 83. So, die Flügel mal austauschen. Siebenachtzigster Dankeschön nochmal für die 15-Bits, schlaf gut, bis dann. Wir haben den Ball, das ist das Wichtigste. Ich dachte schon, der passt jetzt einfach wirklich in den Lauf von einem Stürmer. Laufendrig. Das war's. Das ist ja exotisch. Auf jeden Fall. Ich hab's geplant für diese Saison, aber dass es dann doch klappen wird, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und wenn man sich mal anschaut, wen wir besiegt haben, Halbfinale City, jetzt real. Zwei Minuten, ja, anders ist es. Wir haben es wirklich geschafft. Bislang halt Bundesliga und Pokal. Bundesliga zwei- oder dreimal, Pokal einmal. Ich hab die Mannschaft langsam aufgebaut, in dieser Saison jetzt mal so wirklich ein, zwei Mal. Aber eigentlich hab ich nicht viel Geld ausgegeben, muss man sagen. An der Ende dieser Saison? Ne, ne, ne. Nur die Champions League. Bundesliga 2. Dann mit 77 Punkten. Dankeschön, sehr cool. Ja, sehr cool. Ja, ich hatte 77 Punkte, aber nichts anderes. Auch komisch. Geht, ne? Ich hab mich wirklich nur darauf konzentriert. Ich wollte wirklich jetzt alle relevanten Titel holen, die es gibt. Gut. Das haben wir. Jetzt fehlt noch die Club-WM, aber die ist erst 2028. Also am Ende der nächsten Saison. 82. Ja, bei uns. Hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, ne? Kriegen wir nochmal 20 Mille. Nah dran. Ja. Fünf Punkte Vorsprung. Ja, aber man muss sagen, 77 Punkte sind auch okay. Wir hatten jetzt vor allem in der Hinterrunde viele Probleme auswärts. Dann habe ich so eine Taktik gefunden, die gut funktioniert hat. Gucken wir uns mal kurz die Rückrunde an. 40. Ja. Auswärtsbilanz. Zuletzt sieht man hier zehn Punkte in den letzten vier Spielen. Davor. Ja, gut. Ich zeig grad nicht die Liga, aber wir hatten davor halt schon Probleme auswärts. Hätten wir die nicht gehabt am Anfang, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Aber dafür haben wir wirklich die Champions League geholt. Im Pokal sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Bremen. Bayern hat gewonnen. Im Halbkern hat er, glaube ich, Bremen in München verloren. Leverkusen 3-0, glaube ich, in Hoffenheim. Ja. Und wir haben die Champions League mal eben geholt. Ja. Und ich wollte wirklich jetzt noch krasse Spieler holen für die nächste Saison, aber werde ich trotzdem machen, weil wir wollen natürlich uns sozusagen vorbereiten für die Klub-WM. Ja. Also Jamal Musiala ist, glaube ich, schon so Ziel Nummer eins. Wahrscheinlich Scale Drop verkaufen. Dann würde ich links aus einen Musiala haben als Ersatz-Tel. Sofern Musiala will. Aber ich denke mal, der Gewinn der Champions League hilft uns da auf jeden Fall. Mal kurz mal schauen, hier mit den Mitarbeitern. Lotka 28. Naja, stimmt, ein bisschen die Bayern leer kaufen. Hier läuft nichts aus, wo ich es nicht möchte bei den Mitarbeitern. Ich glaube, da stand irgendwas mit 110 bis 130 Mille. Aber es will ja wirklich Scale Drop verkaufen. Wenn ich halbwegs vielleicht 70, 80 für ihn kriege, Rainer will ich es verkaufen. Ich will die ja jetzt nicht kaputt kaufen, sondern wirklich einfach nur 10 Spieler haben. So. Hauptsache keiner von uns ist die Nummer eins. Allgemein nur ein Spieler von uns dabei, Simon. Wow. Ja, ein guter Preis, wenn es dabei bleibt. So, Mitarbeiter für Träger. Oh, da läuft ja einige 27 aus. Lassen wir mal hier den Sport direkt etwas machen. Oh. Wo läuft alles aus? Hey, warum kann ich das nicht machen? Warum macht er das nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Warum macht er nicht die Verträge, wenn ich hier draufklicke? Hä? Hä? Ich finde doch jetzt nicht hier. Okay. Tulberg, Guimarães. Ah, einige macht er schon oder wie? Hä? Ich habe doch nichts gedrückt. Ja klar, ich habe aber extra den Sport direktor nicht ausgewählt. Was ist denn jetzt vielleicht? Oh, komm. Das ist nervig gerade. Aber gut, muss einmal gemacht werden. Ich werde dann gleich auch wahrscheinlich dann die andere dann verlängern. Ach so, er macht schon die Verträge von den ganzen Uhr 19 Leuten. Dann dürfe das so gehen, ne? Ja. Sock. Dann dürfe das so gehen, ne? Ja. Sock. So. Ja. Ja genau, der macht schon welche mit der U19. Gut. Dann gehe ich jetzt hier vor. Und würde mal sagen, das war es dann mit der heutigen Folge und auch mit dem heutigen Stream. Das hat auch einen cooler Abschluss. Und ich gehe vor bis zum 1.7. gleich noch direkt. Ich will nur später noch ein paar Verträge dann direkt auslaufen lassen, damit die jetzt nicht am 1.7. dann ohne Vertrag bei uns sind. Also die Spieler aus der Jugend und so weiter. Genau. Also. Habt noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt mal jemanden waden. Ich gucke mal kurz wen. Wen gibt's denn hier so, den man waden könnte? Gut. Dann nehmen wir mal Sundoc TV. Saisonfinale. Perfekt. Dann könnt ihr bei ihm noch ein bisschen was anschauen. Dankeschön auf jeden Fall für den Stream. Der war heute ein bisschen kürzer, aber ich wollte die Saison halt zu Ende bringen. Danke für die ganzen Follower, für die Bits, für die Subs. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder. Vielleicht morgen mal gucken. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.